Drodat, gegründet 1912, blickt auf eine mehr als 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück und bietet alles rund um das Thema Stempel. Die Schwerpunkte liegen bei Drodat sowohl in der Produktionsentwicklung als auch in der Produktionstechnik. Wir produzieren Stempel, verkaufen sie in die gesamte Welt. Wir sind Marktführer, wir haben die innovativsten Produkte und das alles basiert auf Forschung und Entwicklung. Jeder nimmt einen Stempel in die Hand und denkt sich, das ist ein einfaches Gerät, denkt nicht darüber nach. Wenn Sie aber im Detail feststellen, wie viel Hirn in der Mischung der richtigen Tinte ist, im Stempelkissen, im Design der Komponenten, dass da nichts sagt, dass es leicht geht, dass es genau geht, dass der Abdruck exakt passt, all das ist Forschung und Entwicklung. Und das findet alles bei uns hier in Wels an diesem Standort statt. Bei der langen Nacht der Forschung können sich die Besucher davon überzeugen, wie viel Know-how und Hightech in der Entwicklung und Produktion eines Stempels steckt. Die Firma Drodat ist wirklich ein Vorzeigeunternehmen. Ich habe in mehreren anderen oberösterreichischen Unternehmen bereits gearbeitet. Aber was ich hier finde, ist insbesondere ein Teamsgeist, eine Begeisterung für das Produkt, ein Zusammenarbeitsgefühl. Das ist schier einzigartig und das ist beeindruckend.